Und da ist sogar noch Knoblauchsoße dabei. Oder Wichse von Riccardo. Ich weiß es nicht, was es ist. Keine Ahnung, aber es schmeckt gut. Und es schmeckt nach Knoblauch. Also ich glaube, es passt. So, pass auf. Neue Rüstung wollten wir uns machen. Wir hatten tatsächlich mal... Es gab mal einen Dönerladen hier. Ich glaube, habe ich die Geschichte schon mal erzählt mit dem Dönerladen? Ich weiß nicht, ob ich die Geschichte mit dem Dönerladen schon mal erzählt habe. Aber auf jeden Fall hatten wir hier in Eberstadt mal einen Dönerladen gehabt. Und der wurde damals geschlossen. Weil er tatsächlich... Ja. Habe ich schon mal erzählt. Okay. Weil er in die Dönersoße damals halt... Gefäppt hat. Das Schwein. Ja. Äh, so rum war das. Echt nicht cool. Das ist halt echt nicht cool. Jetzt habe ich einen Schluck auf. Besser als Gammelfleisch. Ich weiß nicht, woraus das Dönerfleisch war. Keine Ahnung. War mir nicht. So. Ich überlege gerade. Wir brauchen eine effizientere... Ein effizienteres Mittel als unser Schwert. Irgendwas, was mehr ballert. Bruder. Hast du bei dem auch gegessen? Nee. Nee, nee. TNT Ballad. Nee, das will ich ja nicht. Eine Axt. Macht eine Axt mehr Schaden als ein Schwert? Äxte machen. Aber auch eine Eisenachs. Macht eine Eisenachs mehr Schaden als ein Schwert? Also aus Eisen? Asami, schlaf gut. Schlaf gut, Asami. Gute Nacht. Gute Nacht, gute Nacht. Und Fox, ich weiß, bis 1 wieder, so wie immer. Ich denke bis 1. Wie wir halt immer unterwegs sind. Ähm. Ich mach einfach mal eine Axt. Wir machen einfach mal eine und wir probieren es einfach mal aus. Wir gucken einfach mal, was passiert. Hier, zack. Einfach mal eine hingeknetet. Mal gucken, was passiert. Woher kommst du denn, wenn man fragen darf? Darmstadt. Mehr Schaden, weniger Angriffsgeschwindigkeit. Ist bei Skeletten eigentlich gar nicht mal so verkehrt, oder? Lady Orlok, danke für deinen neuen Prime Sub. J-Tech, 2033, danke für zwei Monate. Lord Rainer, danke für vier Monate, Prime Sub. Und Matze, der Atze, 1993, danke für neun Monate. Vielen, vielen Dank. Schau dir doch einfach mal deine Gegenstände an. Steht da was drauf? Ach, guck mal. Sechs Schaden, neun Schaden. Aber fast die Hälfte an Angriffsgeschwindigkeit. Lohnt das? Hm. Ich glaube fast nicht, dass das lohnt. Wir probieren's. Wow. Das war stylisch, muss ich sagen. Bin ich doch fast ein bisschen stolz auf mich jetzt. Tobi, kannst du bei Gronen eine Überraschung hinterlassen? Soll ich mit Vorgarten scheißen, oder was? Bist du auch beim Stadion vom SV Darmstadt 98? Nein. Nein, nein. Außer das DFB-Pokalfinale findet da statt und Eintracht Frankfurt spielt da. Dann ja. Sonst? Nein. Nein, nein. Guck mal, ob der wird. Okay, ich nehme mir schon mal zwei Items da unten in die Leiste. Dass wir zur Not zubauen können. Fuck. Es bringt halt nicht mehr so viel XP, ne? Es bringt nicht mehr so viel XP. Ich probier die Axt mal. Ich probier's mal. Schild. Ja. Wir haben doch eins. Da. Wow. Wow, Tobi. Wow. Ich brauche aber Licht. Warte mal. Bitte. Okay. Ich meine, das einzig Gute daran an der ganzen Geschichte ist, auch wenn's ziemlich aufwendig ist, aber wir kriegen noch Pfeile und sowas dazu. Und Knochen, aber das ist halt nicht schlecht. Wir machen das einfach mal ein paar Minuten. Dennis1359.4, Dankeschön für deinen Prime Sub. Vielen, vielen Dank. Liebe geht raus. Stimmt, das Schild noch benutzen. Du hast recht. Klapp gut. XP-Farm ist eigentlich keine schlechte Idee, ja. Aber die Frage ist, was macht man da heutzutage? Früher ging das ja mit diesen fetten Kästen, die man bauen konnte. Mit so Wasser-Dings nach unten. Das ist so diese typische, diese typische Gronkh-XP-Farm gewesen. Ich glaub, die hat jeder irgendwie mal nachgebaut gehabt. Oder? Jetzt mal ehrlich. Angeln würde ich auf jeden Fall gleich auch nochmal gerne ausprobieren. Himbeer-Marie. Ne, Quatsch. Himbeer-Meari. So rum. Dankeschön für vier Monate. Vielen, vielen Dank. Gut, immerhin elf Knochen, vierzehn Pfeile. Wir gehen hier auf jeden Fall mit Plus raus. So viel steht fest. Wir machen mal bis Level 24 voll und dann gehen wir angeln. Wie gesagt, wir kriegen halt Items. Das ist halt gut. Aber dass da halt immer nur einer rauskommt, ne? Sind da nicht auch ab und zu mal zwei? Sind da nicht auch mal zwei rausgekommen? Skelette? Ab und zu mal? Lord Rainer 2. Hä? Hast du zwei Accounts? Lol. Krass. Ja, Lord Rainer 2 auch. Und ich natürlich ein ganz liebes Dankeschön. Null Uhr durch und immer noch knapp 3000 Zuschauer. Wahnsinn, oder? Da auf jeden Fall ganz, ganz viel Liebe geht raus an euch. Vielen, vielen Dank. Richtig. Allgemein für den Support. Ich meine, wir haben auch bei Witcher mittlerweile super viele Zuschauer. Immer 1800 bis 2000 Zuschauer bei Witcher. Das nach all der langen Zeit ist kein, ist absolut kein, kein, ich sag mal, keine Selbstverständlichkeit. Und dafür wirklich ein ganz liebes Dankeschön. Da geht wirklich Liebe raus. Danke. Wie viel XP kriege ich, wenn ich den... Waren das nicht zwei? Wie viel XP kriege ich, wenn ich den Dings... Lol. Ich muss nicht mal irgendwas machen. Ich kann mich einfach hinstellen. Oh, der geht selbst kaputt. Wie viel XP würde ich kriegen, wenn ich das Ding abbaue? Kriegt man da auch XP? Wie viel XP? Scheiße. Keine. Schade. Schade. The Booster. Vielen, vielen Dank für elf Monate. Vielen, vielen Dank. Kurz vor einem Jahr. Geil. Megamäßig. Bleibt er erhalten, wenn man ihn mit Silk Touch abbaut? Das ist mal eine gute Frage. Das weiß ich nämlich auch nicht. Bleib mal bitte hier. Ich muss dich noch töten. Dann fallen die Mobs nach unten, spawnen und dessen Rang erhöht sich. Und dann geht das XP sammeln schneller. Okay. Nee, geht nicht schneller. Schade. Minecraft Forever Stranded kenne ich mich nicht aus. Hey, du Opfer. Hey. Ja, komm. Scheiß drauf. Lass durchziehen nicht. Das dauert mir zu lange. Das dauert viel zu lange. Nehmen wir noch die Kohle nach vorne mit und dann ziehen wir durch. Toastbrot, Droide. Auch ein geiler Nickname. Guck mal, das geht viel schneller. War das eine Hexe? War das... Fuck. Das ist eine Hexe. Wo sind die? Bibi Blocksberg, wo bist du? Ah, ja. Ich verstehe. Droppt die gute Sachen? Also außer den Beat wahrscheinlich. Den droppt sie halt auf jeden Fall. Da droppen die Frames. Okay, gut. Getränke, Flaschen, Pulver etc. Oder vielleicht sehen wir ja von hier oben, was die gedroppt hat, die alte. Na, Koks. Koks hat sie gedroppt. Hol's dir, komm. Komm, hol's dir. Du brauchst es doch. Ich siehste, dass du es willst. Hol's dir. Nee, Koks kann sie behalten, ganz ehrlich. Das brauch ich jetzt nicht. Okay, pass auf. Wir bauen uns eine Angel. It's time. Angel. Einen Faden und drei von den Dingern. So, ich mach mal das, was jeder an eurer Stelle tun würde. Also jeder an meiner Stelle, auch wenn es ihr seid. Aber ihr würdet das genauso machen wie ich. Ich weiß das. Weil es aber das Sinnvollste ist. Sortieren kann jeder. Sortieren kann wirklich jeder. Markus mit K. Schlaf gut. Gute Nacht. Und natürlich auch an alle anderen, die schlafen gehen. Gute Nacht. Und vielen Dank fürs Dabeisein. So, die Federn packe ich auch gerade mal hier rein. Das Essen nehmen wir mit. Man weiß ja nie wofür. Das behalten wir mal. Das Fressen, wie gesagt, packen wir mal hier unten rein. Das kann man mal gegen den Fackel tauschen. Wir brauchen Stöcke und Faden haben wir hier, glaube ich. So ein Faden-Beigeschmack jetzt, die ganze Geschichte. Äh, Barzifan. Dankeschön für drei Monate. Danke, danke, danke. Auch hier geht Leibe raus an dich. Eins, zwei, drei, vier, drei, sechs. Ach, leck mich doch. So. So. Ruten. Zwangeln. So. Ist egal, wo man angelt? Oder gibt es unterschiedliche... Angeln am besten mit Reparaturen Glück des Meeres verzaubern? Haben wir leider nicht. Haben wir leider nicht. Aber wir probieren das mal aus. Erstmal ein bisschen gucken. Ist egal, wo man angelt? Oder gibt es Unterschiede? Ist egal. Okay. Na, dann suchen wir uns nochmal ein schönes Plätzchen. Wie zum Beispiel hier. Ist das jetzt ein alter Turnschuh oder was? Am Wasser wäre schon nicht schlecht. Das wird jetzt spannend. Also das wird jetzt spannender als der Kampf gegen die Skelette vorhin. Ich schwöre. Aber so wirklich viel bringt das jetzt auch nicht, ne? Wart ab. Fische kannst du auch backen für XP. Okay. So, das ist eine gute Sache. Was zu futtern und so. Das ist gut. Okay. Okay. Spannend, ne? Ja. Ich bin beeindruckt. Jeder, der sagt, einmal Golf wäre langweilig. Oh, wie der Fisch gerade entgegengesprungen ist. Okay. Einmal noch, dann wird es dunkel. Und sonst, ja, erzählt doch mal was. Was liegt euch denn so auf dem Herzen? Ich gehe mal gerade pennen. Hm? Erzählt doch mal. Ich höre gerne zu. Und. Und gebe meine Meinung dazu ab. Ah ja, die hatten wir noch. Richtig. Ja. Gut, dann. Ich meine, wir könnten, können wir auch hier angeln. Wäre ein bisschen strange, glaube ich. Aber wäre lustig. So, gute Nacht. Ich vermute, dass ich bald krank werde. Deutet sich zumindest schon an. Ja, das, äh. Ja. Das ist aber halt auch wirklich, äh, das ist aber halt auch wirklich im Moment die Jahreszeit dafür, ne? Das ist echt ein Problem im Moment. Und der Momfret hat eine Mittelohrentzündung. Äh. Das ist auch nicht so geil, ehrlich gesagt. Da auf jeden Fall auch gute Besserung geht raus. Momfret. Momfret. Und einfach an alle, die krank sind, einfach gute Besserung. Auf, dass ihr vor Weihnachten ganz, ganz schnell wieder gesund werdet. Aber jetzt mal ehrlich. Ihr habt ja gerade gesagt, wart ab. Wegen XP, ne? Worauf soll ich warten? Was kommt da? Oder was, warum, warum kann das Ding, also ich verstehe das nicht. Erklär mal. Gegenstände. Okay, Namensschild. Ist schon mal cool. Ist cool. Ist cool. Ey, wenn wir jetzt aus dem, wenn wir jetzt hier wirklich was rausfischen sollten. Stell dir mal vor, wir würden jetzt ein Buch rausfischen mit, äh, mit Haltbarkeit 2. Alter, das wäre so geil jetzt, ne? Das wäre so geil. Das wäre echt, das wäre echt super lustig. Nix. Pisse. Hast du was Neues in deiner Spiele-Sammlung hinter dir? Ne, 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 ne. Ich hab noch zwei, drei Sachen eingepackt, die ich noch unbedingt, äh, wo ich noch unboxing zu machen muss. Ähm, das sind zwei Collectors Editions. Einmal von... Scheiße. Wie heißt das Spiel nochmal? Ach, das ist so ein Horror-Game. Das hat der Erik auch let's played. So ein bisschen Bioshock-mäßig. Sieht ein bisschen aus wie Bioshock. So vom Stil her. Nehmen wir die Sachen eigentlich auch auf? Ja. Ach, wie hieß das Spiel nochmal? Scheiße. Scheiße. Wie hieß das nochmal? Kommt, der Chat, da ist jemand dabei, der das weiß. Ah, das ist so ein Horrorspiel gewesen. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Keine Ahnung. Ich weiß, ich weiß es nicht mehr. So, Mann. Ne, 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 ne. So, Mann war das nicht. Ich hab das doch hier liegen. Warte mal. Ich guck gleich. Hat das der Erik überhaupt gespielt? Doch, der Erik hat das gespielt. Boom, boah. Ja, Close to the Sun. Close to the Sun ist es gewesen. Auf jeden. Da hab ich die Collectors Edition noch hier liegen. Die muss ich unbedingt mal auspacken. Also, im Video. Ich hab noch dieses riesen Age of Empires-Paket von Microsoft hier liegen. Ja, sind schon noch zwei, drei Sachen. Aber jetzt so Retro-Games hab ich mir nichts mehr Neues geholt im Moment. Oh, Nagel. Köder 2. Ist das gut? Aber die ist fast kaputt. Kann ich die reparieren? Ich muss niesen. Jetzt muss ich gehen. Toll. Wow. Kann man die reparieren? Okay, wir reparieren die. Entschuldigung. Kann ich die auch so reparieren? Okay. Vielleicht nicht so eine gute Idee. Ah, dankeschön. Chat, vielen, vielen Dank. Ja, nee, also Retro-Games momentan. Klar, ich würd gern die Sammlung ein bisschen weiterspinnen. Aber jetzt momentan ist das mal so ein bisschen tranquiler. Ich versuch grad momentan so ein bisschen einfach, naja, jetzt nicht Geld auf die Seite zu legen, aber einfach so ein bisschen das Geld beisammen zu halten. Rodney, vielen, vielen Dank für drei Monate. Weil jetzt heute habe ich das letzte Dokument quasi hochgeladen für die Bank. Das heißt, jetzt in, in, denke mal innerhalb der nächsten Woche wird die Frau von der Bank das zum, 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 zu ihren obersten Bossen sozusagen hochschicken. Und dann wird geprüft, ob wir die, die, ob wir das Darlehen für die Wohnung hier bekommen. Und da möchte ich jetzt momentan erst mal ein bisschen langsamer machen. Erst mal ein bisschen tranquiler und erst mal ein bisschen gucken, was so, ne, und dann gucken, was so abgeht. Mal schauen. Ich hoffe, mittlerweile hoffe ich, dass wir die Wohnung irgendwie kriegen. Ganz ehrlich, weil, wenn ich sehe, was auf dem Haus und Wohnungsmarkt los ist, ganz ehrlich, ganz vergessen, das ist Wahnsinn. was die für Preise wollen. Und ich meine, jetzt mal ganz ehrlich, 300.000 ist schon okay. Das ist wirklich in Ordnung. Das kann er nehmen. Der kann das locker nehmen. Meins wurde gestern abgelehnt. Tiefer Glück. Ich sehe dem Ganzen auch nicht so positiv entgegen, ehrlich gesagt. Ich sehe dem Ganzen auch nicht so positiv entgegen. Aber, keine Ahnung. Mal gucken. Mal gucken, was passiert. Wenn halt nicht, ja, dann ist es halt nicht. Wann ist es so? Wir werden beobachtet. Ich sehe es. Klaust du mich nicht so, du Opfer? Ja, Berlin, Berlin ist halt nochmal eine ganze Nummer heftiger, ne? Berlin ist halt nochmal eine ganze Ecke heftiger. Ist schlimm im Moment. Aber ich weiß auch nicht, ehrlich gesagt, man beschwert sich da halt immer drüber. Ja, man sagt, ja, Wohnungsnot und die Politik ist dran schuld. Aber ganz ehrlich, ich habe jetzt kein, also ich kann der Politik da in dem Fall nichts vorwerfen oder sie einfach dafür verantwortlich machen, weil ich selbst, ich habe, hätte jetzt keinen Lösungsvorschlag, was man machen könnte. Ja, bin ich ganz ehrlich. Bin ich ganz ehrlich. Willst du in Darmstadt bleiben? Also ich sage mal, Darmstadt und 10 Kilometer da drum war schon in der engeren Auswahl, was wir geguckt haben, beziehungsweise wo wir gesucht haben. Aber selbst da mittlerweile weder zum Kaufen noch zum Mieten. Wir müssen dann wahrscheinlich oder sollten dann wahrscheinlich ans Kaufen gehen, weil Mieten, keine Ahnung, Mieten kann